Eieiei, da bin ich doch gerade eben erst fertig geworden, mit Arnie gestreamt und mit Lexi, da ging es wieder hoch her und der liebe Fromser, der hat mir aber noch eine Nachricht geschickt mit einem Inhalt, der ist doch mal wieder göttlich. Ich freue mich ja wahnsinnig, dass wir eventuell die Chance bekommen, unseren geistigen Führer in einer kommunalen Gemeinschaft unterstützen zu können und vielleicht sogar mit ihm zusammenleben können. Die Planung, die ist natürlich teuer und dafür gibt es, jetzt habe ich gepfiffen, dafür gibt es diesen schönen Post und zwar hat man für 100 Euro die Chance auf den Discord der Kommune der Freiheit zu gelangen, um dort zu besprechen, wie es dann so weitergeht, wenn es weitergeht, eventuell mit der Kommune. Und zwar wird da geschrieben, werdet Teil meiner einzigartigen Kommune, die Kommune der Freiheit. Metallleute, ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für nur 100 Euro einen exklusiven Discord-Rang in dem Discord Kommune der Freiheit zu sichern. Hier können wir gemeinsam am Projekt arbeiten und Ideen austauschen. Die 100 Euro dienen als Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur ernsthaft interessierte Menschen Teil dieses Projekts werden. Durch die Zahlung sicherst du dir nicht nur einen Platz im Discord, sondern du genießt bevorzugte Behandlung im Bewerbungsverfahren für die eigentliche Kommune. Gut, man weiß ja jetzt, wie sehr er auf Frauen steht, die nicht ganz so viel auf den Rippen haben. Also wenn man ein wenig mehr auf den Rippen hat, lieber mal die 100 Euro investieren, dann hat man vielleicht doch oder Frau doch eine Chance in die Kommune dann eingeladen zu werden. Es ist wichtig zu betonen, dass bei regelwidrigem Verletzungen der Diskretion oder unerlaubten Aufzeichnungen auf dem Discord ich mir das Recht vorbehalte, Personen ohne Anspruch auf Erstattung vom Discord und dem Bewerbungsverfahren auszuschließen. Gut, das heißt also, die, die sich benehmen, kriegen irgendwann das Geld zurück. Also es ist ja dann nur geliehen. Das heißt also, nur die sich nicht, da ist so wie eine, wie heißt das, eine Kaution. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, das Geld sieht keiner wieder. Oder keine. Ich dachte, das wäre schön, wenn ihr das wisst, dass, ja, wenn ihr da euch näher für interessiert, in dieser Art von Kommune mit dem spirituellen Oberhaupt zusammen zu wohnen. Wenn ihr euch dafür nur interessiert, dann wäre das eventuell ein Weg. Viel Spaß dabei. Übrigens. Schöne Grüße von mir an euch und schönes Wochenende. Tschüss.